Typ schenkt mir Bett, er mir einziehen. Typ 2 kommt in Haus, ich sag, hey, er sagt, hey, Typ sagt, hau ab, Typ 2 sagt, nein, Typ sagt, sonst, ich bahne, Typ 2 sagt, okay. Tag 2, ich hab Eisen, Typ 3, na und mir egal. Ein Tag später, Typ sagt, lass in Nether, ich okay. Okay, wow, dieser Spon ist scheiße. Janne, Typ sagt, omg, ich hab ne Diapik und ne Territe. Echt, du Angeber. Niemand. Typ, Typ 2, und Typ 3, ah shit. Ich hab alle meine Sachen in Lava fallen lassen. Fünf Sekunden später, Typ, ach egal, hab ich alles wieder zurück. Plus jetzt hab ich voll dir. Alle anderen Typen. Und was ist mit uns? Typ, frick euch, wieso soll ich euch helfen? Drei Minuten später, Paul, ich denke darüber nach, deine Farm für 20 Dias zu kaufen. OMG wirklich, naja, ich denk noch nach, was die freundliche Version ist von. Ne wollte nur deine Reaction sehen. Ich. Oh schade. Außerdem morgen kommt ein Event. Eine Woche später. Oder nicht. Aber jetzt. Darf ich aufnehmen. Typ. Ist mir scheißegal. Okay, okay. Am Ende ist das PvP-Event nicht passiert. Wow, ich hab eineinhalb Stunden aufgenommen. Computer. Ja, aber es nahm das Gott nicht auf. Ich. Du. Sohn. Typ cool. Jetzt hab ich ne Territe Rüstung. Was? Wie? Ja, war easy. Typ vierte, lass ne U-Bahn machen. Okay, okay. Hey. Noch viel später. Viel ist passiert. Bin aber zu faul, um zu animieren. Lol. Okay, heute ist das End-Event. Obwohl das PvP-Event noch gar nicht losging. Hm. Egal. Leute, teleportiert mich. Typ ne. Ist gerade zu spannend. Tötet Ender-Drachen. Ich. Nein. Du Stück Kaka. Währenddessen. Typ 3. WTF. Wieso sind hier so viele Hühner? Hier sind so 38.97.987.968.479. Typ 4. Aus keinem Grund. Schlägt mich bis meine Rüstung weg ist. Ich. Ich zeige dich an. Er. Hä, wieso? Ich. Spul mal zurück. Typ 4. Aus keinem Grund. Schlägt mich bis meine Rüstung weg ist. Ach so. Ich dachte das wär egal. Lol. Ich. Wieso würdest du das denken? Danach ist eigentlich für ne lange Zeit nichts passiert, weil jeder alles hatte, was er wollte, ob das OP-Sachen sind. Oder Freunde. Oder Drip. Oder ein Gehirn. Aber dann, wurde der Server einfach gelöscht. Warte was. Ja? Also was jetzt? Na jetzt kommt Attackcraft 2 lol. Ich. Wow wie. Originell. Ende.